Die Kykladen sind eine Inselgruppe im Ägäis Chinmea, die bis 2010 eine der beiden Präfekturen der griechischen Verwaltungsregion südliche Ägäis bildeten. In der Antike wurden die Inseln als Kreis um das heilige Island Delos betrachtet, was zur Bezeichnung Kykladen ist gleich Kreis führte, während man die außerhalb dieses Kreises gelegenen Inseln Sporaden nannte. Die Kykladen sind eines der beliebtesten touristischen Reiseziele in Griechenland. Geografie, Geologie und Gliederung Die antiken Autoren fassen Anzahl und Umfang der Inseln unterschiedlich. Strabon zählt zwölf Inseln auf. Chaos, Caidnos, Serephons, Melos, Siphnos, Kimolos, Paros, Naxos, Syros, Mykonos, Tenoso und Andros. Artemidorus und ihm später folgen Plinius erhöhten diese Zahl auf 15 Uliaros und Kiaros. Die Auflistung des Pseudos Gailax unterscheidet sich von anderen in der Aufzählung einer nördlichen und einer südlichen Gruppe. Mit Chaos, Helna, Caidnos, Serephons, Siphnos, Paros, Naxos, Delos, Rene, Syros, Mykonos, Tenoso und Andros in der nördlichen und Melos, Kimolos, Uliaros, Sikinos, Terra, Anaphe und Astipalea. In der südlichen Gruppe umfasst seine Definition die meisten Inseln der heutigen Präfektur und zusätzlich Astipalea, das heute zum Dodecanes gerechnet wird. Die meisten antiken Autoren jedoch folgten grundsätzlich der Zuordnung Strabos, wobei gelegentlich Rene statt Melos genannt wurde. Die Inseln der Kykladen bestehen meist aus Gneis und Glimmerschiefer, mitunter auch aus Granit und vulkanischem Gestein. Wegen ihrer Fruchtbarkeit und ihres milden Klimas nannte sie das Altertum die Perlen von Hellas. Heute sind viele der Inseln jedoch ohne Baumvegetation, darum auch wasserarm, kahl und verbrannt. Dennoch liefern sie noch immer Wein, Öl, Baumwolle, Seide, Südfrüchte, Honig etc. Eine besondere Rolle nimmt der Windmeltemie ein. Einerseits sorgt er für Abkühlung in der warmen Jahreszeit, andererseits war er einst für die Schifffahrt von Bedeutung und heute für Segler. Er setzt nach dem windärmsten Monat Mai im Juni mit Windstärke 7 zu 8 ein, im Juli und August ist er mit 7 zu 8 Uhr morgens stärksten. Der Tagesablauf des Meltemie ist stets der gleiche, mit zunehmender Sonneneinstrahlung legt er am Nachmittag zu. Die wichtigsten Inseln Die Kükladen gehörten zu den ersten 10 Präfekturen des Königreichs Griechenland ab 1833. Ab 1986 gehörten sie zur neu geschaffenen Verwaltungsregion südliche Ägäis. Von 1997 zu 2010 gliederten sich die Kükladen in 20 Stadt- und Elflandgemeinden. Diese wurden mit der Verwaltungsreform 2010 zu 19 größeren Gemeinden zusammengefasst, wobei keine der Inseln mehr in unterschiedliche Gemeinden geteilt ist. Die Kompetenzen der Präfektur Kükladen wurden an die Region südliche Ägäis und die Gemeinden übertragen. Anstelle der Präfektur wurden neun Regionalbezirke eingerichtet, die keine eigenständige politische Bedeutung haben und weitgehend den Gebieten der Provinzen aus der Zeit vor 1997 entsprechen. Geschichte In den meisten Phasen der Geschichte standen die Kükladen unter einer Macht des Festlandes von Ach-Ascher Zeit bis in die Gegenwart. Erst im Zuge der regionalen Selbstverwaltung seit den 1990er Jahren wurden Kompetenzen verstärkt auf die Inseln übertragen. Im Bereich der Kükladen gibt es als ältesten und wichtigsten steinzeitlichen Fundort die kleine Insel Saljagos zwischen Paros und Antiparos. Beziehungen zur nachfolgenden Kükladen-Kultur bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Hauptartikel Archäologische Funde belegen eine frühe Hochkultur von ca. 3000 bis 1100 v. nach die heute als Kükladen-Kultur bezeichnet ist und Parallelen zur bekannteren minoischen Kultur aufweist. Wie ganz Griechenland sind die Kükladen von dem Phänomen der dunklen Jahrhunderte betroffen. Aus der Zeit zwischen der Bronzezeit und der antiken Hochkultur ist aufgrund von fehlenden Schriften und archäologischen Funden nur weniges oder sogar nichts überliefert. Antike Die Insel Delos war in der Antike eine der bedeutendsten Kultstätten Griechenlands. Daher entstand auch der Name Kükladen, was so viel bedeutet wie Ringinseln. Den Mittelpunkt bildet eben dieses Delos. Die weiter entfernten Inseln wurden dementsprechend Sporaden genannt, was man mit die Zerstreuten übersetzen kann. Gegen Ende des 4-JHDTS-VCHR, schlossen sich die meisten Inseln zum sogenannten Nesiotenbund zusammen, der jedoch nur wenige Jahrzehnte Bestand hatte. Die Kükladen wurden auch durch die mithridatischen Kriege berührt. Dabei wurden sie teilweise von Mithridates VI. erobert und infolgedessen unter römisches Protektorat gestellt. Zahlreiche römische Negotiatores ließen sich auf den Inseln nieder. Nach mehreren Ansätzen römischer Beamter gegen die Seeräuberei, gelang es schließlich Pompejus, der mit besonderen Vollmachten ausgestattet worden war, das Problem unter dem die Inseln litten zu lösen. Die Inseln gerieten jedoch anschließend unter innerrömische Konflikte und litten unter zu hoch angesetzten Steuern. Die Jokletian beseitigte die Missstände und unterstellte die Inselgruppe der privilegierten Provincie Insularum. Nach dem 4. Kreuzzug entstand das Herzogtum Archipel Agus. Die Venezianer brachten den Katholizismus auf die Inseln, die eine wichtige Handelsstation wurden und auch Korund und Marmor nach Venedig lieferten. Nach und nach wurden im 16. Jahrhundert die Inseln von den Osmanen eingenommen. Nach 1617 blieb nur die Insel Tenus bis 1714 venezianisch. Die lateinische Periode war sehr prägend, so wurden lateinischen Feudalrechte erst durch die Osmanen 1720 abgeschafft. Dem Bischof des Bistums Syros wurde 1744 auf Volkszuruf die Verwaltung der Insel Syros übertragen, die er bis zur Gründung des Königreichs Griechenland inne hatte. Neuzeit mit der Gründung des modernen griechischen Staates wurden die Inseln 1833 eine Präfektur des Königreichs Griechenland. Wegen der wirtschaftlichen Prosperität der Kykladen soll König Otto erwogen haben, Hermopolis auf Syros zur Hauptstadt Griechenlands zu machen. Die Kykladen waren auch Heimat vieler bedeutender griechischer Maler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts insbesondere der griechischen Vertreter der Münchner Schule. Im späten 19. Jahrhundert begann der Tourismus die Inseln zu entdecken. Beispielsweise widmete sich 1894 die Griechenland-Ausgabe der BDK-Reiseführer den drei Inseln Syros Mykonos und Delos. Für 1933 verzeichnete Mykonos 2150 Urlauber, von denen 200 sowohl auf Delos als auch im Museum von Mykonos gezählt wurden. Von Bedeutung war im 20. Jahrhundert auch der Bergbau beispielsweise von Kupfererz und Bauxit vorkommen. Diese sind jedoch weitgehend erschöpft und die Förderung ist eingestellt. Nach Ende des griechisch-italienischen Kriegs begann am 9. Mai 1941 die Besetzung durch Truppen der italienischen Streitkräfte und der deutschen Wehrmacht. Als erste Maßnahme wurde das Auslaufen der Boote verboten. Somit konnten die Inseln weder Fisch nach Athen liefern noch von dort andere Lebensmittel beziehen. Die wenigen Versuche zum Fischfang wurden mit der Versenkung der Boote geahndet. Die jährliche Sterblichkeitsrate stieg beispielsweise auf Syros von 435 im Jahr 1939 auf 2290 im Jahr 1942 an. Anders als auf dem Festland ermöglichte die isolierte Lage kaum einen Widerstand. Alliierte Truppen befreiten 1944 gemeinsam mit der Heiligen Schar die Kykladen-Inseln. Nur die Garnison der Wehrmacht auf Milosch hielt sich bis zur deutschen Kapitulation Anfang Mai 1945. Im 20. Jahrhundert wurden abgeschiedene Inseln auch als Verbannungssort genutzt. Politisch missliebige Personen wurden verpflichtet, auf kleinen Inseln zu leben. In der Zeit der griechischen Militärdiktatur ging die Junta sogar so weit zuvor unbewohnte Inseln zu KZ-Inseln um zu funktionieren. 2005 gab es 909 Hotels auf den Kykladen schwerpunktmäßig auf Sandorin, Naxos, Paros und Naxos. Die restlichen Inseln haben weniger als 50 Hotels einige Inseln gar nur ein einziges. Stammten die Gäste einst nahezu nur aus Westeuropa, Nordamerika und Japan. So ist heute die Besucherstruktur weitaus heterogener mit Gästen auch aus Russland und China. Wenn gleich die Architektur der Kykladen weitestgehend homogen ist, so gibt es bedeutende Unterschiede die es für den Besucher attraktiv machen. Mehrere Inseln zu besuchen. Mykonis beispielsweise zieht seine Touristen eher mit den Stränden und vielen Clubs an. Inseln wie die Losbieten dagegen ein kulturell orientiertes Angebot aus der bronzezeitlichen und antiken Kultur. Bekannt sind die Inseln auch für ihre Windmühlen. Andros gilt als Insel der Künstler. Von 1833 bis 2010 blieb die Präfektur geografisch nahezu unverändert. Kykladische Architektur Hauptartikel Kykladische Architektur Die Architektur der Kykladen entwickelte sich zum Archetyp einer minimalistischen ländlichen Architektur. Sie entfaltete Vorbildcharakter für das Bauen im 20. Jahrhundert. Deren weiß-blaue Häuser werden auch als typisch für die Inselwelt Griechenlands angesehen. Verkehr Haupttransportmittel In den Kykladen sind die vielen fairen Verbindungen. Von Piraeus und Raffina sind die Inseln vom Festland her zu erreichen. Die Westkykladen werden zudem von Lavrio angelaufen. Knotenpunkte auf den Inseln sind Mykonis, Naxos, Paros und Sandorin, von denen aus man meist alle kleineren Inseln ansteuern kann. Je nach Größe sind die Inseln meist täglich, manchmal jedoch auch nur einmal erreichbar. Von Sandorin und Mykonis sowie mit Regionalverkehrsflugzeugen von Milos, Naxos, Paros, Syros und Anstupeli bestehen Flugverbindungen hauptsächlich nach Athen. Die beiden erstgenannten Flughäfen verfügen aber auch über einige regelmäßige Auslandsverbindungen. Ohne explizit einer ökologischen Ideologie zu folgen, begann man bereits früh den motorisierten Verkehr von den kleineren Inseln auszuschließen und folglich auch keine Straßen für Autos anzulegen. Motorisierte Fahrzeuge beschränken sich auf kommunale Fahrzeuge. Auf Inseln, wo Autos mitgenommen werden dürfen, ist die Fähre teuer, mitunter ist deren Benutzung stark reklementiert. Traditionell wird der Esel genutzt, mitunter auch Fahrräder, wobei diese aufgrund der Höhenunterschiede nicht überall einsetzbar sind. Wirtschaft und Infrastruktur Der Tourismus ist die wohl wichtigste Einnahmequelle der Insel, jedoch nicht die einzige. Einst war die Fischerei und der Bergbau von Bedeutung. Aufgrund der Insellage haben viele griechische Reedereien auf den Kykladen ihren Ursprung. Berühmt sind einige Inseln für deren Marmor, der vermehrt in den nahen und fernen Osten exportiert wird. Agrarische Produkte umfassen Olivenöl sowie Weinanbau auf vulkanischen Böden. Auf Kaltnuss wurde 1982 der europaweite erste Windpark in Betrieb genommen, bestehend aus fünf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 100 Kilowatt. Im Jahr 1983 wurde eine Solaranlage in das Versorgungskonzept Insel-Modell Kaltnuss mit einbezogen. Vermutlich handelt es sich um die weltweite erste Hybridsanlage. Auf Milosch wurde 2008 eine windkraftbetriebene Salzwasserentsalzungsanlage in Betrieb genommen. Angetrieben wird die Anlage von einer 600 Kilowatt Windenergieanlage. Der Trinkwasserbehälter hat eine Kapazität von 3000 Kubikmeter. Die Anlage ersetzt die Versorgung mit dem Tankschiff. Ausstellungen Kükladen Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur Badisches Landesmuseum Schloss Karlsruhe Dezember 2011 bis April 2012 Rezension Volker Bauermeister Als Inseln Trittsteine wurden In badische-zeitung.de Siehe auch Liste griechischer Inseln Kükladen Bogen Die Anlage von Bogen